Heute dreht sich im Zeitalter der Digitalisierung alles um die Erfassung von Messdaten. Überall, jederzeit, präzise und innovativ. Metalux-Kunden verlassen sich seit mehr als 30 Jahren auf die zuverlässigen Sensortechnologien des familiengeführten Mittelständlers. Fit für die Zukunft sind nicht nur die hochqualifizierten Mitarbeiter, denn hier entstehen Innovationen für anspruchsvollste Kunden weltweit. Die Metalux AG stellt sich den digitalen Herausforderungen und den täglichen Veränderungen der industriellen Welt. Ob in der Automobilindustrie, im Anlagen- und Maschinenbau oder der Energietechnik, die Innovationen des Unternehmens aus der Region Stuttgart sorgen für zuverlässige und präzise Erfassung physikalischer Messgrößen. Mit modernsten Produktionsprozessen werden bei Metalux Kundenwünsche realisiert in jeder gewünschten Losgröße. Von der kleinen bis hin zur Großserienfertigung. Mithilfe modernster Technologien sorgen automatische Bestückung und Automatisierung für Effizienz und fehlerfreie Abläufe. Den Blick fürs Detail und die Qualität haben die hochqualifizierten Mitarbeiter. Sie sind der Schlüssel zum Erfolg bei Metalux. Ein attraktives Arbeitsumfeld sowie ein strategisches Management mit modernen Unternehmensstrategien sind dabei die Grundlage für den erfolgreichen Weg in die Zukunft. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt. Das Produktportfolio von Metalux umfasst eine große Bandbreite kundenspezifischer, moderner Hightech-Lösungen. Darunter Drucksensoren, die zum Beispiel in der Automobilindustrie gefragt sind und im Fahrzeug an unterschiedlichen Stellen verbaut werden. Sie bestehen aus Keramik oder Edelstahl und sind wahre Wunderwerke der Zuverlässigkeit. Weg- und Winkelsensoren erfassen präzise die Bewegung und die zurückgelegte Strecke, zum Beispiel in Lenkrädern, Geldautomaten oder in der Medizintechnik. Mit den robusten Joysticks von Metalux lassen sich Baumaschinen, luxuriöse Yachten oder Industrieanlagen millimetergenau steuern. Und die Hochspannungs- und Leistungswiderstände sorgen für elektrische Sicherheit, zum Beispiel in modernen Windrädern oder in anderen elektrischen Anlagen, in denen Stabilität und Zuverlässigkeit höchste Priorität haben. So unterschiedlich diese Produkte auch sein mögen. Eines zeichnet sie alle aus. Die zuverlässige Metalux-Qualität. Der Teamgedanke wird hier Tag für Tag gelebt. So lassen sich die anspruchsvollen Ziele gemeinsam erreichen. Und zwar mit Leidenschaft und Anerkennung für jeden Einzelnen. In der unternehmenseigenen Produktentwicklung entstehen individuelle Kundenlösungen. Smart, zuverlässig und produktionseffizient. So lassen sich Bauteilmontage und Qualitätsziele im Griff behalten. 100%ig. Bereit für die Zukunft, das sind die Kunden durch die Metalux AG bereits heute. Mit modernen Sensorlösungen und dem passenden Herstellverfahren. Metalux. Leading in Sensors.